Hallo Leute! Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Zero of Mana 2 der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Mit dabei ist wieder der Gottvater von Gil... 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 Kill B. Ja, am Start. Und mit dabei ist wieder... ...de... ...the... 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 ...the plug on the zahn. Das heißt, steckt mich rein, Mary. Was? Mary, kannst du dich noch bewegen? Was? Ja, geht noch was. Heißt das ja oder nein? Ja. Wenn nicht, steck ich noch mal rein raus. Du bist wieder sehr leise. Ich bin gerade etwas... ...irritiert. Verwirrt? Ja. Sehr irritiert von diesen komischen Kommentaren. Was? The motherfucker Bloody Mary. Yeah. Yeah. Das ist uns... ...unstart. In the hood. Der electric plug. Toot... 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 So, wir sind voll im Start gehen. Alle gehen. Das war jetzt voll die Sackgasse. Ja, na. Bei dir ist sowieso alles immer Sackgasse. Nee. Das hast du aufgelaufen. Ich spiele keinen Auflauf. Nein. 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 wir sind wir sind am gegner nicht aufgeladen jacke bilden muss uns hier gleich mal heilen ja ja wie ist der miss poln und mary muss er dann sie kennt die prozent ist noch der mona kraft schwand du mörder vorko von kräftemann dort so angreift wo wir traurig am kohnt und angriff wir müssen ihn glücklich machen jetzt ist er glücklich ich weiß ja es stimmt es muss ab weil die berlin macht drei zauber in der zeit wo ich nicht mal ein wort ja weil du voll langsam bist du bist halt voll langsam irgendwie stimmt hier was ganz du kriegst jetzt erst mal auf der fresse bevor ich ausführen kann okay siehst du das das kann sein aber ich komme nicht alles gar nicht aber geist habe ich genauso viel wie du mary das kann alles sein dann ist das intelligenz da habe ich da habe ich mehr wie du hast du kann ich kippe ich habe mehr intelligenz naja weil ich ich gebe mehr intelligent wie mary so ja mary nix pick wieso ich nicht man ich bin ja der mit dem wenigsten hp und ich krieg keine heilung nix so jetzt kannst du dann mal mit angreifen danach okay ne klein also brauchst du mein special super mega du brauchst du musst ja das war doch ein roboter ein rundholen genau alter das ist ja voll standbild kippel sei ich jetzt nicht jetzt nicht jetzt auch so ein asiel was hältst du mal von heilen nö nö bloß nicht nix da da könnt ihr ja mit kämpfen so nix gut nix jetzt rennt er wiederum wie du machst muss ich was machen außer nicht cool wenn du das ganze die 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 ganze akku auf dich ziehst sinnloserweise ja geil er kann ich jetzt einmal bitte zaubern eben sitzen alles hier nichts da ich will die fressen mit den zwei grün jetzt habe ich mega manner power die fressen von dem buch der fall ab die geht voll ab hättest du dir überhaupt nichts genutzt ja ja ich habe bin ja auch bestimmt ist gut macht marie in die fresse mit 30 punkten hat sich die pf** materie genau da salmon immer normal 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 ist immer ein bisschen viel weiter halten auch so bei dem explanation noch gar nichts ja na ja krieg hier krieg kann ein gelutscht batteries was wieso kriegt man reingelutscht das hast du nicht auch gar nichts im deutschen kopf ihre stange meinster riesenland können wir jetzt bitte mal damit aufhören wieder ein bisschen seriös wirken den auch alle über sein Land der Stahl ich habe nicht wie das wird gekriegt und die Befunde Kiebel das ihn kriegt ihr da auch schon eine halbe Stunde warten bis der Kiebel da so ein Köln ist über welche aber auch heilern der Kippel muss ich selber mal heilen ja über das Geld wir haben nur noch drei ja weil ihr das benutzt wie um wie Tambor hier die radice wieso ersten vergiftet echt misches verheilt misches tot hat das sache schön in die fresse kommt schon leider todeschlag brauchst du jetzt schon dann wärmer ist gut geiler movie für krassmann auf der reine kommen werden wo er sich nicht mehr wird bei der Todeschlag für der der Zoll und hat richtig reingehauen der Todeschlag Marie du müsstest man vielleicht den Zauber wieder auffrischen worden ich weiß nicht wie lange die anhalten ja ganz so beten aber ich kann es machen ja das ist das kann ich kann es machen genau der verzauberer geist nein war immer mich jetzt wieder pass auf schlaufe einwenden nein auf was wie sowieso macht seinen geist schwund trackpoint was ich so geil bin dass ich mir mal ein bau und kreuz benutzen und da habe ich gesagt ich muss ihre tanne ich würde mal vorschlagen nach dem boss gehen wir mal irgendwie in der stadt einkaufen ja das können wir machen nein redet mit mir was das einfällt ja lass dir eigentlich was einfallen ich lass das einfallen den super special mega am gesicht ja da vergiftet mich schon wieder wenn man jetzt kriegt mir erst mal ein honi ein honi das ist die abkürzung für honig geh mal ein honi jetzt kriegst du erst mal ein honi ein honi und ne fünf honi nehm ich auch ja das macht aber nix ein fünf honi nehm ich auch ich nehme auch drei honi fünf honi fünf honi und jetzt welche hier kommen geht aber auch die vorgibt sich heute nicht von alleine auf das heißt das hört erst auf wenn du wenn du stirbst oder der gegner tot ist nein glaube ich nicht doch ich glaube hier doch so auch noch ne also ich habe die erfahrung noch nicht gemacht dass es von alleine aufhört erst wenn die gegner an der eigentlich habt ihr recht aber ich glaube hier meine zwei das ist mir doch bald und so scheißt du ganz ganz so viel hp da macht das nix und wieder als stubs nein dann belieben will ich eben wieder dankeschön genau wenn ich das beleben und dann bist ja auch wieder fresh fresh the fresh queen von belair aber absolut die fresh mary dank die katze spielt schon mit leeren feuerzeugen special moon sie sind aber da wieder es ist voll ja das ist eine lange casting time du darfst ja nicht und dsd ist dafür stoppen nur weil du zaubern willst wir haben ja schon gemerkt dass der ein blöder arsch katze mann jeder frisst mich ja er hat vorhin noch mary auch gefressen was du mich gesagt habe mary kriegt dort gelutscht macht hier ständig haut der typi vorbei übrigens nur so und was macht ihr noch so zu kommen was kann man ist schon vorbei rosen montag ist heute noch ja ich bin der zuschauer morgen umzug gestern wo bis hin gezogen ich habe ihn aus der luft war schwer ich war der war der härteste bis jetzt und der feuer die jetzt in einer stadt fliegen und einkaufen mir geht jetzt einkaufen ich muss hier geschafft vier fehlen siehst du vier hier sind acht und keine sieben ja ja vier von vier die zeit sagt wir haben einen halben part gebraucht zehn minuten 30 sekunden so mit kreuz dann wird es eine erfolgreiche da die stadt nach der ruinen ja den können wir machen wir brauchen was man was zum einkaufen ich habe es aber keine stadt ist so ruine ich weiß auf jeden fall dass es hier eine stadt ist ja dann gehe einfach da wo du sie mal dort und bei ihr da kommen da rein da ist es schenker trinken ja das item leben dem leiden dem leiden dem leiden dem leiden dem leiden dem leiden sack noch als im rucksack noch eine ganze menge schokolade auf jeden fall viele radieschen und lebenswasser ein bisschen schokolade für uns wäre echt super toll mit ein bisschen sohn und drunter und noch waffeln noch waffeln möchtest du die ganze scheiße verstauen vielleicht körper mal ein bisschen schokolade ja noch ein paar lebenswasser ein paar lebenswasser machen das leben krasse ein paar weißer machen das leben krasse schon so fette können ja das machen wir auch gleich möchte noch was verkaufen wir möchten endlich weg hier du blöde oma raus aus dem kopf in den po seltsame sagen pflanzen für ein erholer das heilt haben es ist ein sein geworden und die berühmte blume haben wir jetzt keine melden bekommen dass wir noch nicht eingesetzt angesammelt haben keine ahnung oh mein gott das ist eine loki schokolade loki 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 noch eine schokolade schlafen wir gehen nochmal schlafen schlafen oh meine teile absolut ober am auf der safe de queen jetzt wenn man zu mal noch ein bisschen ausrüsten würde mir sagen jo macht wir werden ja das stern kraft mal verstauen und das wundert auch brauchen wir auch nicht und wie war es doch sicher sicher dann können wir sagen würde immer sagen wir tun wir machen ein paar andere coole sachen rein wie zum beispiel was richtig geile die froster statu zum eingefrieren und nicht zu vergessen Kröten klar沒事 klub Potokhaar nie oberen bis Quark ich höre keine Gruppe Neuhof preis Glück-Muster wir wollen werden schulke Prozent Schüttel Oh Gott, ich bin wieder Mary. Oh, nein. Heute ist der heilige meiner Tag. Deswegen kannst du kostenlos schlafen. Willst du beim... Auf jeden Fall steht Mary jetzt standesgemäß vor dem Feuer. Tja, wir sind sehr synchron. Ja, wir können jetzt besonders gut synchron tanzen. Sehr nice. Wie viele Minuten haben wir denn? Ja, 15. Wir sind jetzt eigentlich im guten Part. Ja, dann. Dankeschön. Wir tanzen. Wir sind das Feuer. Geh doch mal, drück mal Start. Ja. Beziehungsweise, nee. Ja, geh mal halt raus. Geht das nicht? So. Mary, geh wieder rein. Yeah, we fixed it. Hast du doch gesagt. Fix it, Felix. Ah, warum? Wenn immer, wenn du items verstaust, dann... Bringt sie irgendwas durcheinander, correct? Tja, wollen wir jetzt weitermachen? Ja, komm los, auf geht's. Weiter geht's. Wieso? Wir haben doch 50, so ideal. Ja, aber Leute, wir sehen uns dann halt im nächsten Mal wieder. Der Kill Bill hat keinen Bock mehr. Ja doch, Schatburg. Aber wir können maximal, würde ich noch sagen, zum nächsten Film fliegen und dann dort... Ja, das machen wir auch. Das war doch mein Plan. Du verstehst es. Wo war man eigentlich hin? Aber dort müssen wir dann auch speichern. Das ist euch schon klar. Das bringt das nicht. Ach, wo? Gucken, wo man hier irgendwo landen kann. Ach, das sind die vergessenen Ruinen, wo wir abgebrochen haben, ne? Ja, okay. Aber jetzt sind wir bestimmt gewappnet dafür. Also Leute, wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder, wenn wir wieder die vergessenen Ruinen des Lichtes ausprobieren. Macht's gut, bis dahin und schausen. 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 Tschüss. Tschüss.